so willkommen zurück wieder neues unboxing heute haben wir planet der affen ganz geil krass richtig cool geil hier und ja wir schauen gleich mal rein ob alles in ordnung ist hier sind 12345 teile um mit der dokumentation hinter den kulissen ist auch noch eine cd und ja schauen wir mal rein planeten 1 2 3 4 5 6 hinter den kulissen die schlacht also das sind eigentlich fünf genau fünf filmen und einmal die dokumentation der heimat wir haben einmal planierte affen 1968 dann aber rückkehr zum planeten der affen dann haben wir flucht vom planeten affen dann haben eroberung von planeten affen und dann haben wir die schlacht um den planeten affen und ja die erste film ist der längsten mit 107 der zweite 91 minuten 93 minuten der dritte der vierte 83 und der fünfte auch noch mal 83 minuten ziemlich kurz ich kenne die teile schon ich habe das schon vor sechs jahren sommer angeschaut glaube ich zu fünf sechs jahren schon einmal durch und ja der wasser mein gewinne und ja jetzt habe ich die endlich mal auf komplett auf der collection und ja die kommt dazu rüber zum kasten zu meinen anderen sachen bis runter und ja wieder weitere collection und demnächst kommt nach indiana jones collection und dann mache ich auch noch wieder mit der woche und jo bis dann sage ich tschüss ciao jo und eine schöne woche sonst noch bis zum nächsten video bleibt gesund